Der Netzbooster Die Energiewende ist eine große Herausforderung für unser Stromnetz. Strom aus erneuerbarer Energie wird überwiegend im Norden erzeugt. Verbraucht wird der meiste Strom im Süden und im Westen, wo Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Also muss der Strom über weitere Strecken transportiert werden. Das Stromnetz ist schon heute stark ausgelastet. Deshalb muss es ausgebaut werden, damit erneuerbarer Strom transportiert und verbraucht werden kann. Oder geht es auch anders? Schon heute muss viel Strom aus erneuerbarer Energie vom Norden in den Süden transportiert werden. Dabei werden unsere Stromleitungen nie voll ausgelastet. Ein Teil der Kapazität dient stets als Reserve für unerwartete Leitungsausfälle. Was passiert, wenn mehr Strom erzeugt wird, als die Leitungen transportieren können? Dann stoßen die Leitungen an ihre Kapazitätsgrenze und es kommt zu einem Engpass. Jetzt muss die Stromerzeugung im Norden gedrosselt werden. Gleichzeitig werden im Süden Kraftwerke hochgefahren. Diese Anpassung nennt man Redispatch. Und was passiert, wenn eine Leitung ausfällt? Dann übernimmt eine angrenzende Leitung die Strommenge. So gewährleisten wir Versorgungssicherheit. Der Netzbooster ist ein Batteriespeicher, der ans Stromnetz angeschlossen wird. Er bildet eine Reserve, sodass die Leitungen höher ausgelastet werden können. Bei einem Engpass oder einem Leitungsausfall springt wie immer eine angrenzende Leitung ein. Diese kann aber nur einen Teil der Strommenge übernehmen. Deshalb springt der Netzbooster ein. Er speist Strom ins Netz ein und kann so sinnbildlich die erhöhte Strommenge übernehmen. Das stabilisiert das Netz und sorgt für einen sicheren Betrieb bei einer höheren Netzauslastung. Mit dem Netzbooster können Leitungen höher ausgelastet werden. Das spart Redispatch-Kosten und außerdem müssen weniger neue Leitungen gebaut werden. Großbatteriespeicher sind keine neue Erfindung, sondern eine bewährte Technologie. Innovativ ist die Funktionsweise, die Transnet BW mit dem Netzbooster erprobt. Weil die Leitungen höher ausgelastet werden, kann mehr Strom aus erneuerbarer Energie transportiert werden. Deshalb ist der Netzbooster ein Leuchtturmprojekt der Energiewende. Konzer Zettel Musik Wiren W інwärm W memories W W Flfr